Hallo Leute, hier ist wieder eure Bella und heute gibt es ein neues Video. Ich denke mal, dieses Video wird heute relativ kurz, denn heute ist Mittwoch, heute kam ein neues Update rein. Das Vega, das Sony Vega ist nämlich heute reingekommen und dazu gibt es eine kleine Quest, die werde ich jetzt in diesem Video mit euch machen. Ich weiß allerdings nicht, wie kurz diese Quest ist. Also das Video kann zwei Minuten gehen, fünf Minuten oder vielleicht eine halbe Stunde, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall startet die Quest heute mit dem heutigen Update hier bei Mario auf den Bergen. Diese Quest könnt ihr übrigens nur machen, wenn ihr Sarwider seid, das ist ja ganz klar. Und ihr müsst die Quest abgeschlossen haben, bei der Idris dem Zirkus, in dem er es hochleint, ein Sony bringt. Also, dass das erste Sony bereits im Spiel schon vorhanden ist, sozusagen, wenn ich das so ausdrücken darf. So, hier steht Mario, den quatschen wir jetzt mal an. Mal gucken, was der uns zu sagen hat. So, wünsch dir was. Heute Nacht ist der Himmel klar. Man wird die Sterne fantastisch sehen können. Hast du Lust, mit mir die Sterne zu betrachten, Isabel? Ja, klar. Ach, schön. Also, richtig dunkel ist es noch nicht, ne? Oh Gott, was ist mit seinen Augen los? Der hat gar keine Augen. Oh mein Gott, das ist creepy. Oh Gott, Star Service hat die gemacht. Das hier ist meine Lieblingszeit am Tag. Dieser Moment direkt vor der Dämmerung, wenn das Sonnenlicht hinterm Horizont verschwindet, um den Stern Platz zu machen. Manche nennen es die Stunde der Wünsche. Uh, okay. Mario, ignorieren wir jetzt mal an dieser Stelle. Das ist ja furchtbar. Kennst du das alte Gedicht? Am Himmel glänzt ganz hell und fern der allererste Abendstern. Steig auf den Silberschein zum Baum und pflücke dir dort einen Traum. Ui, oh, da sieht es. Erzähl mir mehr, kleiner Prinz. Entschuldige, dass ich unterbreche. Ich habe unabsichtlich überhört, dass du dir beim Anblick des Abendsterns etwas wünschen möchtest. Zufällig bin ich heute unterwegs, um Wünsche für meinen Zirkus der Träume zu sammeln. Ich würde gerne etwas mehr über deinen Wunsch erfahren. Ich dachte immer, dass man den Wunsch niemandem verraten darf, damit er wahr wird. Quatsch. Wie könnte man denn dann erwarten, dass er sich erfüllt? Du hast Glück, dass ich gerade vorbeikomme. Natürlich, natürlich. So, Kometenjäger, dann erzähl mal, welchen Wunsch hast du? Raus damit. Also, es ist so. Auf dieser Insel sind alle so mit den Pferden hier auf dem Boden beschäftigt, dass niemand die Schönheit des Nachthemmels dort oben mitbekommt. Ich wünschte, ich könnte meine Liebe für das Licht der Sterne mit den Bewohner Joriks teilen. Ich hätte gerne die Möglichkeit, die Schönheit des Sternenlichtes mit denen zu teilen, die so Pferde verrückt sind. Ein wirklich faszinierendes Rätsel. Es gibt nur eine Lösung. Ich muss alle Pferde Joriks in Sternenbilder verwandeln, die bis in alle Ewigkeit oben am Himmel leben und nie mehr geritten werden. Ja, das ist ein ausgezeichneter Traum, kleiner Prinz. Ich werde ihn wahr werden lassen. Ich glaube, so hat er das sich nicht vorgestellt, Idris. Nein! Richtig! Hm, vielleicht hast du recht, Isabel. Mit so vielen neuen Sternen wäre der Nachthemmel total überfüllt. Ja, das außerdem. Dann drehen wir die Idee doch einfach um und bringen das leuchtende Sternenlicht des Nachthemmels in das Fell eines Ponys. Ja! Oh Gott! Was? Leuchte, leuchte, kleiner Stern hat er gesagt. Ich habe es überlesen. Oh, jetzt kommt's. Mhm. Ah, da ist das neue Sony! Oh, wow! Da steht's! Oh, ist das niedlich! Schön! Noch ein Wunsch erfüllt. Oh ja. Um dem Wunsch unseres Sternenkuckers nachzukommen, werde ich dem Sony Vega einen Platz in meinen zweiten Zirkus der Träume geben, so dass alle kommen und sein prachtvoll funkelndes Fell bewundern können. Du, meine kleine Taube, hast die Ehre, unseren strahlenden kleinen Freund zu seinem neuen Zuhause zu begleiten. Oh ja, cool! Läuft uns das jetzt hinterher? Läuft uns das hinterher? Oh, Tatsache! Oh mein Gott! Das ist ja voll süß! Jetzt haben wir kein Haustier, das uns hinterherläuft, sondern ein... Oh Gott, sondern ein Sony! Och, das ist ja mega cool gemacht! Okay, hätte ich nicht gedacht. Übrigens, sorry, wieder mal für die schlechte Bildqualität. Ja, cool! So, wir sind unten angekommen. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir müssen bestimmt zum Zirkus. Äh, dort. Genau dort müssen wir hin. Jawohl. Folgt uns das Sony noch? Oh Gott, ich hab's im Lift verloren. Das schwebt jetzt bestimmt doch in einer dieser Gondeln da oben. Haha, oh mein Gott. Ja, okay, Leute. Wir müssen jetzt bis zum Zirkus reiten. Da hinten bis zu Idris. Äh, das kann jetzt, glaube ich, ein, zwei Minuten dauern. Deswegen werde ich, denke ich, mal einen kurzen Schnitt in dem Video einfügen. Und dann sehen wir uns beim Zirkus wieder. Oh, das war's schon. Oh, äh, was ist denn das für eine Ansicht? Zwei Ponys, zwei Wünsche zu prachtvollem Leben erweckt. Aha. Da stehen sie, die zwei. Voll süß. Ach, schön. Sehr cool. So, Idris hat immer noch was zu sagen. Danke, dass du unseren neuen Freund nach Hause begleitet hast. Falls du deswegen adoptieren und dabei helfen möchtest, Marios Traum auf Jorvik wahr werden zu lassen, frag einfach. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal, mein Täubchen. Und denk dran, verheimliche deine Wünsche nicht. Man weiß nie, welcher Wunderwürker dich vielleicht gerade hört. Was? Wunderwürker. Okay. Ich weiß, was er meint, aber das ist ein sehr komisches Wort. Ja, und hier ist natürlich die Hölle los beim neuen Sony, ganz klar, ne? Und ja, ich werde mir dieses Sony auf jeden Fall holen. Ich habe mir ja schon, seit dieses erste Sony hier vor über einem Jahr reinkam, habe ich mir ja so eins in schwarz-weiß gewünscht. Und dieses braune, ups, das war ein Pferd apropos. So, dieses braune, ach, hi Jenny. Dieses braune, jetzt fange ich schon zum dritten Mal ein, habe ich mir nämlich das letzte Mal nicht gekauft. Also es befindet sich noch kein Sony in meinem Stall. Und deswegen wird dieses kleine, hübsche Tierchen auf jeden Fall bei mir einziehen. Aber nicht in diesem Video. Ich mache auf jeden Fall noch einen extra Pferdekauf, beziehungsweise Ponykauf darüber. Und das war jetzt eigentlich nur ein kleines Video von der neuen Quest, die es gibt. Die war klein. Sehr, sehr klein. Konnte ich mir, da konnte ich mir zwar schon denken, aber ja, egal. So, ihr Lieben, das war es auf jeden Fall mit der kleinen Quest. Ich hoffe, die kleine Quest hat euch gefallen. Es waren zwar mal wieder ein paar Bugs mit drin. Ich weiß nicht, ob der Bug, dass Mario keine Augen hat, bei euch auch so vorgekommen ist. Keine Ahnung, sah auf jeden Fall sehr komisch aus. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir hören uns dann im nächsten Video oder nächsten Livestream. Habt noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.